Die Entscheidung Er war ein prächtiger Bursche, der junge Gärtnergeselle. Bei seiner Schlossherrschaft war er wohl angesehen, und auch das Dienstpersonal im Schloss mochte ihn gut leiden. Kein Wunder, dass die Dorfjugend ihm anhink und ihn schnell mit hineinzog in ihr lautes und wildes Treiben. Ganz wohl war ihm nicht dabei. Er kam aus einem frommen und christlichen Elternhaus. Seine Mutter hatte ihm mit viel Ermahnungen eine Bibel in den Koffer gepackt. Aber wenn der schwarze Karl aus dem Dorf ihn zum Tanzboden abholte, dann war das alles vergessen. Ja, es war deutlich zu sehen, dass der schwarze Karl immer größeren Einfluss auf ihn gewann. Aber da war noch einer im Dorf, der sich um den jungen Gärtner kümmerte, ein frommer, gläubiger Maurermeister. Der hatte auch wohlgefallen an dem jungen Menschen. Mit großer Betrübnis sah er, wie er immer mehr in ein gottloses und zuchtloses Leben hineingeriet. So lud er ihn oft in sein Haus ein, und der junge Gärtner kam gern dorthin. Ja, in der Tat fühlte er sich hier viel wohler als unter seinen leichtsinnigen Gesellen. Die fröhliche und gütige Art und das geheiligte Wesen des Alten zogen ihn stark an. Aber wenn der schwarze Karl ihn zu einer Bierreise abholte, versank das alles wieder, und der junge Gärtner wurde wilder als zuvor. So wurde er hin und her gerissen. Gott und der Teufel stritten um seine Seele. Dabei wurde er immer unsteter. Seine Arbeit ließ nach. Er, der früher ein hervorragender Arbeiter war, musste manchen Tadel einstecken. Und dann kam die Kirmes. Ein großer Tag im Dorf. Tagelang vorher begann die Vorbereitung dafür. Große Brauereiwagen schafften Bierfässer heran. Karussells und Verkaufsbuden wurden aufgeschlagen. Die Mädchen sprachen von neuen Kleidern und die jungen Burschen überschlugen ihren Kassenbestand. »Du«, sagte der schwarze Karl zu unserem jungen Gärtner, »das muss ein ganz großer Zug werden. Da wollen wir alles Geld, das wir haben, auf den Kopf hauen. Ich habe eine ganze Gesellschaft zusammen. Wir wollen einmal das Dorf aufdrehen, dass es eine Art hat. Du machst doch mit!« »Natürlich«, antwortete der Gärtner, »da wollen wir einmal Spaß haben.« Und der große Sonntag kam. Überall Gesang, Lärmen und Juchzen, die Musik spielte hinreißend, die Köpfe der Burschen wurden rot vom Alkohol und vom Tanz und mitten in dem Trubel unser junger Gärtner. Er ist einer der Wildesten. Aber es ergeht ihm seltsam. Je leichtsinniger und ausgelassener er sich benimmt, desto öder wird es ihm im Herzen. Nein, er ist gar nicht fröhlich. Im Gegenteil, es ist als Liege eine Last auf seiner Seele. Er will's abschütteln. Er tut noch ausgelassener. Aber sein Herz wird nur schwerer dabei. Und plötzlich, er sitzt vor dem Bierglas und starrt in den Schwarm der Tanzenden, sieht er dies ganze Gewühl mit anderen Augen. Es erscheint ihm wie ein großer Strom, der mit lautem Brausen dem ewigen Verderben entgegen eilt. Und er, er ist mittendrin. Er, den sein Herr und Heiland so oft gerufen hat. Er, der von der Erlösung durch Jesus weiß. Er, der den Weg zum Seligwerden kennt. Er ist mitten im Strom des Verderbens. Er hält es nicht mehr aus. Er springt auf, stößt krachend seinen Stuhl zurück und eilt hinaus. Er hört es nicht mehr, wie sie ihm lachend nachrufen. Er achtet nicht darauf, dass ein Paar ihm nacheilen. Er läuft zum Dorf hinaus, durch Felder und Wälder. Er sieht nicht, wo er ist. In ihm tobt ein Sturm. Kann ich und darf ich noch heraus aus dem Strom des Verderbens, fragt sein Herz. Spät am Abend kehrt er in seine Kammer zurück. Dort schließt er sich ein. Dann wirft er sich auf die Knie und liefert sich seinem Heiland Jesus Christus völlig aus. Von da an war die Richtung seines Lebens entschieden. Es machte ihn auch nicht wankend, dass der schwarze Karl sein erbitterter Feind wurde. Der junge Gärtner wurde später Lehrer, dann Leiter eines großen Waisenhauses und einer Vorbereitungsschule für Lehrer. Daher wurde er vielen ein Wegweiser zum ewigen Leben. In der Ewigkeit wirst du auch einmal seinen Namen erfahren. Untertitelung im Auftrag des ZDF,